Alle Spiele der Regionalliga-Fest. Live von Dondi Maden auf SportoTal. Der macht es direkt. Wirklichkeit vom Konzern über den schnellen Heller. Braucht Unterstützung, Marcel Heller. Starke Finte, wieder Heller gegen Iguli. Munsters mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Und da war Ken Marta. Geht weiter mit Marcel Heller. Ein bisschen Platz auf der linken Seite mal für den flinken Offensivmann. Der natürlich körperlich Nachteile hat. Dicke Chance. Und dann sind alle langen Kerls wieder vorne. Weber, Lela. Und auch Vincent Geimer. Und da ist es passiert. Markus Ripperfürz. Staubt ab. 1 zu 0 für den ersten Hälfte Dürren. 28. Minute. Wir gucken nochmal auf dieses Tor. Eckball von Brock. Auf den kurzen Pfosten. Geimer. Den kann Paris noch halten. Und dann ist es Pech. Für Strahlen und Glück für Markus Ripperfürz. Jedenfalls nicht der Interimscoach des SV Strahlen, der sich da aber ebenfalls heftigst aufgeregt hat. Drasnitsch gibt es jetzt mal die Chance nachzulegen. Amsar Salman. Zieht mal an. Geht zur Grundlinie. Vincent Geimer. Mit einem Geniestreich. Fantastisches Tor. Frau Hondurens Nummer 11. Applaus Wir schauen nochmal drauf. Auf dieses tolle Tor von Vincent Geimer. 18 Meter Torentfernung. Knapp. Den kriegt er aber auch auf dem Silbertablett serviert. Brasnitsch. Jetzt hat er freie Bahn. Marc Brasnitsch. Kommt zu Fall. Und kriegt Gelb für eine Schwalbe. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Hannafi. Matuschik. Schlösser. Hannafi. Hannafi hat er kurz überlegt, ob er den direkt nehmen soll. Und versucht es. Gute sechs Minuten haben wir noch. Mit Nachspielzeit vielleicht acht, neun Minuten. Da setzt sich der neue Mann direkt mal durch. Und die Chance für Hamza Salman. Geimer, Salman. Und jetzt müsste gleich Feierabend sein. So ist es. 2 zu 0. Hier wird der erste FC Dürren den Jahresauftakt gegen den SV strahlen. In Sonne auch völlig verdient. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlists. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.